Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Deutschen Donnerstag. Heute mit einem Spezialgast. Ein guter Freund von mir, Joe Koi, hat sich dazu bereit erklärt, dass er heute den ganzen Tag mit uns Deutsch spricht und zeigt uns, was er den ganzen Tag macht. Also fahren wir vorbei und schauen, was er macht. Jetzt habe ich wieder drei Tage nicht Deutsch gesprochen. Jetzt merke ich schon, wie es wieder schwierig wird, die Worte zu finden. Und da ist er ja schon. Servus Johannes. Servus. Alles gut? Das ist gut. Das ist gut. Bist du deppert, Alter? Das ist sehr wunderschön. Ja, man, das ist was ich sagen, dass es... Es ist still an der Instruktion. Ja, aber was ist da oben passiert? Wo ist die Wände? Hast du einfach die Fenster rausgerissen? Ja, hoffentlich wird es bei Weihnachten gemacht. Aber was passt da rein? Ein Fitnessstudio oder was kommt da rein? Ja, es wird ein Podcast-Studio. Aber mehr als ein Mann-Cave. Ah, geil. Ich habe Mitglieder, du bist einer von ihnen. Oh ja. Ich bin übrigens der erste und der einzige Member von dem kompletten Club. Ja, so there's three of us, remember? Das ist Joe Coy. Dann bin sie und der Winston. Ja, den zeigen wir euch dann gleich. You'll meet Winston later. Woah! What is going on? Ah! Kannst du kurz die Kamera halten? Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gerade kurz Englisch gesprochen. Das heißt, ich muss jetzt zehn machen. Zwei, drei, vier... Fünf... 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 Sechs... Sechs... Echt... Neun... Und dann neun. Ja, neun, neun. Also, das ist nämlich auch was, wenn ich Englisch spreche, dann ist es ein Fehler und dann muss ich ein Kniebeuge machen. Ja, ja. Wenn du Englisch sprechst, dann kannst du, aber wie du sagst, einfach Deutsch spreche. Deutsch, ganz genau Deutsch. Ja, Deutsch. Geil! Ich zeig dir jetzt mal, was wir da machen. Ja, ja, ja. Ich fühl mich jetzt schon... Ja, ja, immer. Immer. Okay. Lass mich das da jetzt geschwind aufstehen. Ja. Fünfmal? Fünf. Ja. Warenwerfen? Fünf Schatz in a row, ganz genau. Wenn ich gewinne, dann musst du zehn Ligastürz machen. Ja, dann aufschüttet. Und wenn du gewinnst, mache ich zehn Ligastürz. Hier? Ja, dir. Wenn ich gewinne, dann kriegst du Essen. Ah, passt. Los geht's. Das ist einfach, Bro. Los geht's. Ah, der war gut. Oh, der war gut. Ja, drei. Du sprichst Deutsch? Ja, ja. Du sprichst Deutsch? Un poquito. Das ist Spanisch. Hast du Jackay, Son? Jackay. Jacka. Ja. Oh, ja, Jackay. Ja, Jackay. Ich liebe Jackay. Thank you for sponsoring the show. Oh! Der war knapp, Mann. Gott ist schlecht. Noch, noch mehr, noch mehr. Oh, nein, nein. Das ist alles. Du hast schon gewonnen. Wie sagst du, Game Over? Spiel vorbei. Spiel vorbei. Das ist Spaß. Das ist Spaß. Gutes Spiel. Das ist Spaß. Das Wichtigste für mich ist ... Warte, wir müssen noch mal da in die Sonne ... Ja, ja, ja. Und du musst mal sagen, was da reinkommt. Das stimmt, ja. Wollen wir es sehen? Ja, ich will es auf jeden Fall sehen. Und du musst mir jetzt sagen, was da reinkommt. Oh, ja, ja, ja. Das wird Glas. Ah, Glas. Danny. Oscar. Servus. Hallo. Vater, Son. Geil. Talented Son. Ja, 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 ja. Ja, geil. Also, da kommt noch mal Glas her. Ja, Glas. Alles Glas. Okay. Was kommt da an die Wand? Wall. A Wand? Nur eine Wand, sonst nichts? Aber hier ... Es ist eine Bluffad. Bar. Oh, jetzt wird es interessant. Bar. Aquarium. Ja. Bar. Big TV. Was dauert auf die Wand? Big TV. Okay. Ping-Pong. Aha. Ping-Pong. Seats. Like Lazy-Boy-Recliners. Ja. And then over here ... Weight-Room. Oh, Fitness-Studio? Yes. Geil. Was kommt alles rein? Bench? Bench. Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ja, nicht so much Bench. Nein, ich habe ein englisches Wort verwendet. Oh, ja, 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 ja. Schwierig, Jungs. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alles auf Deutsch sagen ist schwierig, wenn ich jetzt schon seit 2014 ... Did you hear that, Danny? ... in Amerika lebe. Da jetzt wieder umswitchen auf Deutsch ist schwierig. Did you understand that, Danny? No. Exactly. Oscar, did you understand that? No. Ja. Ja, geil. Ja. No one understands that. But, uh ... I'll translate. Ja. Ja, ja, ja. What are we gonna say? Übersetzen, man. What are we gonna say? No, what are we gonna say? Transaktives übersetzen. No, you're gonna say translate. Good. Ten ass buster. One, two, three. Make them burn. Make the cheeks burn. There you go. We don't cheat on my watch. There you go. Nine, ten. Ja, so, okay. Aber jetzt keinen Fehler mehr. Keinen Fehler mehr erlauben. Um ... Yeah, Canon Feilen ... Is a ... What's that? I don't know. Is that a camera? No. No? What is Canon Feilen? I can't say anything else, otherwise I have to do knee-ups again. Exactly. Yeah. But it'll be like electric, right Danny? Electric, yeah. So you press the button, and then it'll fog up. Ah, cool. Yeah, that's what I've already seen. Stand in the yard. Normally, it's always in WC's, right? Sometimes. Yeah. Yeah, man. Don't laugh. Don't laugh, Danny. Danny, shut up. Er weiß ganz genau, wovon ich sprüche. Say it one more time, Johannes. Say it one more time. What? Yeah, ganz genau. What? Exactly. Good job, Danny. Good job, Danny. Good job, man. Good job. Yeah, geil. You see, it's ... That's what I love about German, Johannes. You're honest. It's universal. That's right, yeah. That's right. You speak German. There's words that sound the same. Obviously. Yeah, na klar. It makes sense. Yeah, most definitely. Yeah, it makes sense. It makes sense. It makes sense. With your shoes. Which has nothing to do with the conversation. Yes! I know. You can play basketball. You can play basketball. You can play a jacuzzi. Like it's just a fun game. That's what I've seen! Yeah, it's a jacuzzi. Yeah, it's a jacuzzi. Yeah, jacuzzi. Then of course the van cave. Und jetzt erzähl einmal, was machst du so den ganzen Tag? Es ist ein Slamdunk. Fast. Ja, aber wenn du jetzt arbeiten gehst, wenn du lustig bist, was machst du so den ganzen Tag? Ich bin in der Biz, das wird mein 30. Jahr sein. Wie viele Shows hast du gemacht? Ja, ich habe Netflix, aber ist das... Nein, das ist... Oh, weil es ein Name ist. Ja, das ist ein Name. Ich möchte einfach, dass du diese A-Squats machen. Die Kniebeugen. Ja, ich möchte die Kniebeugen. Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, you're gonna do it anyways. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, you feel like doing it, do it. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Falsch. Oh, you messed up. Ja. You did it again. One. Okay, also, wie schaut jetzt dein Tag so aus? I mean, you know, I get coffee. Gut, ja, mach mal das. Was kommt drauf? Ja. Und dann habe ich einen Podcast. Ich habe einen Podcast. Oh, okay. Jetzt? Heute? Ja. Soll ich gehen? Oder wo ist das Tag? Wie ist das Tag? Haben wir das Tag? Kannst du mir das Tag? Dann... Ja, du kannst auf es. Du willst mich auf es? Ist das, was du sagst? Ja, ich wünsche mich auf es. Ja, ich wünsche mich auf es. Pfff. Ich weiß mich so froh, dass ich mich da sit. Ja, du kannst. Gut, mach mal das, ja? Gut, mach mal das. Let's go. Geilheit. Sag uns, we're speaking English again? Nein, 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 nein. Du bist mit nur einer dran, dass ich wieder die... Ja, ganz genau. Das heißt, ich habe jetzt deinen Platz weggenommen, hm? Ja, der Platz hat geöffnet. Ja. Wow. Ich habe gar nicht gewusst, dass du Deutsch sprichst. Schau dir das mal an. Freckend Deutsch? Hast du nach dem Podcast noch 5 Minuten Zeit? 5 oder 6, at least. Ja? Ja. Okay, cool. Ja, dann quatschen wir nachher nochmal kurz. Also bis dahin. Wo können die Leute diesen Podcast finden? Oh, ja. You can get it anywhere. JoeCoy.com or whatever. But you'll definitely be on by next week we'll have this up. Okay. Ich mach keine Kniebeugen mehr. Ich muss den... Unten in die Beschreibung will ich dann einfach was verlinken. Das ist das Wort. Verlinken. Verlinken. There's also Washington. He was good. Kennedy. I love him. Who doesn't? I think it's cool that you used the social media, man, to get yourself here, man. Did it feel awkward at first? Like, did that feel like an awkward thing? Was it hard to use like social media to help? Ja, sicher war es am Anfang anstrengend, weil du einfach nicht weißt, was du jetzt posten sollst oder nicht. Aber ich war einfach so, wie soll ich sagen, motiviert, dass ich einfach da bleiben kann in Amerika, dass ich einfach Folge ausgeben habe. Ich hab jeden Tag, glaube ich, drei, vier Mal postet irgendwas auf irgendeiner Seite. Und ja, also ich bin super, super dankbar für das Ganze. What about you, Andrea? Anything? What? What? Es ist schwierig, wenn du nichts fragst. Du musst mir schon Fragen stellen. Das ist ja euer Podcast, oder? Okay, gut. Super, danke. We're probably gonna have to use subtitles. Okay, gut. Danke fürs Einschalten, Leute. Ihr könnt euch den Podcast anschauen. Ich hau das da unten in die Beschreibung rein. Joe, danke nochmal fürs Mitmachen heute. War Weltklasse. Sobald die Männerhöhle fertig ist, wir eine Einladung haben. Ja? For sure. Passt. Super. Danke fürs Einschalten, Daumen hoch und... Ja! Geil! Nein.